da kommt ein spieler angerannt direkt zum job da oben beim geber beim dings rechts oben der ist dort da kommt noch einer links da ist einer rechts bei dem gebauten bei dem holz gebauten zwei stück drei stück drei stück ich habe nichts mehr zum bauen leute der ist da oben noch links oben auf dem berg ist noch ich gehe jetzt klaus gibt mir mal voll okay das war nix also dass die depot jeder eine halle jeder wurde dann eine gewisse ich habe eine kleine waffe ist ja ich habe ich habe crossbow ich mach den fertig ich mach den fertig welche halle ist noch an looted hauptsache vincent kill den wenn er keine kills mehr braucht jetzt war ja kein anderer da doch ich ja komm mal lass mal noch gehen sieben hast du noch einen kleinen schild tank oder ich hab einen großen höchstens kleinen penis das hat mich jetzt tief verletzt ich habe eine waffe ich kam viel später zu dem ort noch mal zu was mit ihr los wenn ich nur eine wenn ich nur eine waffe finde ja dann hast du was falsch gemacht hier ist noch mal im vier luciano jetzt nicht mehr wird das jagdgewehr ist ein jagdgewehr ich hab keine waffe gefunden hat die klappe vielleicht muss einfach mal augen aufmachen vielleicht sagst du mal ein bisschen holz was hast du dann liegen gelassen vincent die wollte auch tanzen danke dafür da vorne liegt ganz viel stuff auch was blaues ja warte mal lass mal zusammen ich komme ja ich brauche sniper hier liegt ein sniper hat jemand gebaut ich habe gerade geboren wir machen jetzt ein win ich krieg mein expo kill und mein feinkel ja lass uns mal bewegen irgendwie das mal zur brücke noch aber das wird gefängnis sein auch scheiße so jungs wir holen jetzt hier den sieg ja es wird nichts anderes akzeptiert klar hätte ich volle leben wäre es die sie drin aber ich habe nur 97 wo kommt der dorf eigentlich sonst was denn das direkt neben uns da sollten wir ein bisschen aufpassen ja lass uns den doch mitnehmen wo ist er denn da direkt rechts aber der die position dahinten ist richtig schlecht da wirst du richtig gut aus dem gefängnis gesnipet da kommt ein spieler angerannt direkt zum job links südwest hinterm baum wo hinterm baum da hat auch ein schuss von mir hat auch ein shot von mir da oben beim beim dings rechts oben der hat mich gesprungen der ist gesprungen dieses arschloch ich muss mich erst mal heilen ja mach das raketenwerfer auf mich ja ja von rechts einer liegt einer liegt der der andere hat richtig der ist tot da kommt noch einer links wo links beim gefängnis beim gefängnis beim gefängnis links da baut einer da kommen noch raketenwerfer schüsse vom gefängnis aus der ist gut angehittet das sind zwei ich brauche unbedingt hier zeugs ja das goldene raketenwerfer hier ist ein medpack und ein großer schild tank also ich habe die ich habe die gebaut ich habe die gebaut und euch mal den das medpack und den schritt hier ist auch eine goldene handfeuerwaffe aber naja hat jemand den raketenwerfer mitgenommen ja willst du denn ja ich würde ihn gerne nehmen da kannst du gleich haben moment ich nehme nur erst das medpack kommen hier zu mir dann kriegst du den sofort kriegst du auch hier warte hier 22 raketen will jemand anders dann granatwerfer dafür haben ja da hinten ist ein bursch den hole ich gerade ja hier sind steps bei mir ist das einer von euch da ist einer in der hülle ja warte wir sind gleich da welcher höhle in dieser höhle da hinten richtung westen da ist einer rechts bei dem gebauten bei dem holz gebauten zwei stück drei stück drei stück wo rechts hatten jetzt hat noch nicht ich habe ich könnte den down niederstecken raketenwerfer ich wurde instigate und wo weiß es nicht wahrscheinlich hülle das leben ja nicht mehr so viele so viel kann es halt wirklich sein ich belebe ich mal wieder auf euch wird geschossen ja ganz gut hier die bauen sich hoch nein ich habe gebaut so achtung die sind aber außerhalb der zogner also sind die noch da hinten keine ahnung ich muss mich verbinden jetzt ja die haben doch da diese riesige steine gebaut oder nicht was für ein stein gebaut ist im westen direkt da habe ich gerade mit dem raketenwerfer hingeschossen ich sehe das nicht weil da ein baum im weg ist ich schieß mal den baum weg die schießen auch mit dem raketenwerfer ich habe nichts mehr zum bauen leute müssen wir helfen ja komm her ja von wo schießen die immer noch von da kommt wieder raketenwerfer schüsse ja ich habe eingehettet die haben mir meine basis wieder weggeschossen ja bei mir auch wurde angehettet muss mich heilen sind da links auf dem hügel welche keine ahnung kann sein doch doch ich werde glaube ich von da angeschossen weil ich sehe da aber kein doch hat es vielleicht noch einer ist richtig angehettet bei dem richtigen da ist einer da oben ist einer links ist weg gehüpft weil da und kämpfen die wo wir eben beschossen worden das raketenwerfer das raketenwerfer ja aber das dauert ja ewig bist du da ist wenn er low ist dann spielt es keine rolle der ist da oben noch links oben auf dem berg ist noch ja wollte mich nicht wieder belegen ja hier hast du das ja was hat er für eine waffe der hat mich weggesniped er ist runtergesprungen glaube ich leute das können wir gewinnen ja ja es hat jemand mit unten der luft unten vorm berg die zone kommt können uns gut einbauen hätten hätten hebt der hat noch schild hier ist noch neben uns oder kommen die luft luft einer ist niedergestreckt war das der links ist noch links ist noch ich gehe jetzt klaus gibt mir mal voll okay das war nichts war das der der links links hat mich gekillt ja er ist da ja so warte warte ist es nur noch einer es ist nur noch einer ja der ist hinten wurde er noch zwei ist nur noch einer drunter geschossen wo ist der hinter mir der ist unter uns gut von mir war das eine richtig scheißrunde ich habe einen kill alter ja ja easy gut nice das ist damit mein vater eblicher sieg vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten video hauptsache aufnahmen laufen drove easy